Mein erster Film heißt Geschichten aus dem Wiener Wald. Ich gratuliere. Was haben wir aus unserer Natur gemacht? Eine Zwangsjagd. Keiner darf, wie er will. Ich habe mich nicht getäuscht. Du bist ein feiner Mensch. Ich fühle mich doppelt zu dir gehörig. Ich passe nicht zu Oskar und Basta. Ich werde dich auch noch weiter lieben. Du entgehst mir nicht. Aber eine große Leidenschaft ist doch was Romantisches. Nein. Das ist etwas Ungesundes. Kann denn bei all dem etwas Gutes daraus kommen? Überzeugen Sie sich selbst. Die Jagd nach dem... hat Lippen rot wie Blut und küssen kannst du gut. Und küssen kannst du gut. Die Augen sind feilchenblau. Ich bin ein Händler. Ich glaube. Vielen Dank.